Ja, da sind wir wieder unterwegs. Hallöchen. Und damit auch herzlich willkommen hier wieder bei Avanti on Tour. Sonja und Dirk. So langsam müsstet ihr euch kennen, aber es kommen immer wieder neue dazu. So, wir sind auf Tour. Genau. Bei der Reise und Camping. Ich muss mir das auch erst mal merken. Ich habe jetzt CMT gefressen, ich habe Caravansalon Intus, aber hier in Essen waren wir noch nie. Wir dackern jetzt mal Richtung Halle. Wir gucken jetzt, wann der Shuttlebus kommt. Ja, ich habe noch nicht so richtig die Idee, was wir jetzt auf der Messe hier diesmal machen. Ob wir wieder ein paar Rumtouren filmen oder ob wir einfach mal so einen Messe-Überblick machen. Vielleicht mal so ein paar Einsteiger-Kastenwagen in einen Block reinpacken. Also ich bin da ganz entspannt und wünsche euch viel Spaß hier mit dem Video. Bitte, wie? Kommt kein Shuttlebus? Also Messe-Shuttle verkehrt nach besonderem Aufruf zwischen 8 und ca. 19 Uhr nach Bedarf. Nach Bedarf. Jetzt guckt ihr mal den Bedarf hier an. Tja, hier ist keiner. Außer uns. Außer uns ist keiner hier. Scheint keinen Bedarf zu geben, aber wir warten trotzdem mal. Also wie ihr seht, wir haben jetzt tatsächlich um 10 nach 4 den Bus für uns alleine. Kann man mal so machen, ne? Exklusiv. Also was man auf jeden Fall jetzt schon mal hier so um halb 5 sagen kann, sehr wenig los. Also kaum Menschen hier. Nö, ich glaube hier ist auch tatsächlich weniger. Und natürlich ist man hier ganz schnell durch die Fahrzeughallen durch. Also lang nicht dieses... Links haben wir schon Mobilheime. Die brauchen wir nicht. Ja, also lang nicht dieses Geknubbel wie in Stuttgart, ne? Oder in Düsseldorf. Oder in Düsseldorf, ja. Ja, vielleicht mal gerade kurz am Rande. Wir sind jetzt hier am Stand von Adria. Und hier ist tatsächlich der Buscamper oder Busbiker verbaut. Dieser Fahrradträger aus Holland. Und das ist nicht schlecht. Was mir aber direkt von Anfang an schon irgendwo nicht schmeckt, muss ich einfach mal zeigen. Guckt mal, in welche Richtung der aufgeht. So, und jetzt stellt euch einfach mal vor, diese Traverse ist noch unten mit zwei Fahrrädern. Ja, und das steht jetzt auf der Autobahn irgendwo und ragt links in die Fahrbahn rein. Also in die andere Richtung ja, aber bitte nicht in Richtung Fahrbahn. Ansonsten ist schon wuchtig das Ding, ne? Der hält halt was aus. Ja, der hält was aus. Ich zeige euch den mal von hier. Ja, und wie gesagt, dieses Ding ist tatsächlich nicht zu entfernen. Also das bleibt. Thema 18 Zoll, beziehungsweise Entschuldigung. Das sind 20 Zoll. Habe ich auch noch nicht gesehen an einem Kastenwagen. 255 50 R20. Ja, leckumio. Boah. Ich versuche den mal von der anderen Seite zu zeigen. Das ist ja Wahnsinn. 20 Zoll-Felgen auf dem Ducato. Aha. Also, irre. Ja, wir sind jetzt in einem Ahorn. Ich will hier keine komplette Ruhmtour machen. Vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, aber einfach mal so ganz kurzen Schwenker hier durch. Das ist auf Renault-Basis. Und, ja, was sagst du dazu? Also, auf den ersten Blick sehen wir, die sitzen ein bisschen spartanisch außen, aber die Rückenlehne ist schweinebequem. Okay. Ja, das Cockpit. So ein ganz anderer Eindruck als den, den wir gewohnt sind aus dem Fiat. Ein bisschen aufgeräumter, nicht? Citroën. So wenig zu sehen. Hier oben ragt dann die Tür rein. Mal gucken. Vielleicht machen wir hier in den nächsten Tagen auch mal noch eine komplette Ruhmtour. Jetzt dackeln wir erst mal weiter. Ja, jetzt sind wir in Halle 1. Hier sind erst mal jede Menge Wohnwagen. Keine Sorge. Hörbart. Werden wir nicht filmen. Campeo, das ist der Bürstner, den haben wir auch schon gefilmt in Stuttgart. Das ist 5,40 und 6,40. Tja, ich muss ja doch noch mal in den Wohnwagen reingehen. Na ja, jahrelang Urlaub drin gemacht, aber... Allein schon aus Nostalgiegründen. Genau. Ja, es ist natürlich ein anderes Raumgefühl, das muss man schon ganz klar sagen. Aber irgendwie... Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber? Dann sag auch was. Ich finde es sehr dunkel. Es ist ziemlich dunkel, ne? Dafür kommen wieder irgendwie Tabakzeiten zu bauen. Ja, ja. Na gut, der Kühlschrank ist riesig. Aber... Nee. Uh, ist das Wuster. Dann ist mein Apothekerschrank. Apothekerschrank? Moment. Ja. Na ja, die Schublade ist riesig. Auch sonst. Aber, nee, ich... Komm, wir... Wir gehen weiter. Passend? Ja, wir... Aus dem... Sind wir jetzt raus. Rausgewitzen. Also, wir kuscheln jetzt doch lieber im engen Kastenwagen. Wobei... Kuscheln geht auch hier. Na, gehen wir mal rum. Also... Kuscheln geht auch da, wenn die... ...medie Frau mal vorgeht. Ich muss hier schon Kopf einziehen. Oh, oh, oh. Hei, ei, 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 ei. Also, so ein Ei ist ja schon lieblich, ne? Aber keine... Toilette, ne? Toilette haben wir hier. Nee. Nein. Nee, wäre ja auch schlecht über der Heizung. Wieso hast du immer einen warmen Hintern? Immer den Buppeswaden, ne? Aber... Nee. Nee, nee. Nee, nee, weiter. Abanti, wir kommen. Hier könnt ihr dann mal sehen. Urlaub mit Hund. Da würdest du aber auch du reinpassen. Das habe ich jetzt nicht gehört, was sie da jetzt gesagt hat im Hintergrund, dass ich da auch reinpassen würde. Und wer soll dann dieses Riesending fahren? Du? Der andere Dirk. Ach so, der andere Dirk. Frauen fahren besser. Oh, jetzt hat aber... Jetzt hat im Hintergrund einer was gesagt, da muss ich die Kamera ausmachen. Das kommt. So, hier haben wir den Dirk. Der Dirk heißt wie ich. Von daher... Ja, was habt ihr hier für ein Konzept bei... WOMO-Docs oder WOMO4-Docs? WOMO4-Docs. Wir haben Wohnmobile für Leute mit Hund zu mieten. Die Fahrzeuge sind ein bisschen modifiziert worden für Hunde. Wir haben Anschnallsysteme, also Beckengurte aus dem Autozubehör, die wir zusätzlich an die Original-Anschnallpunkte vom Hersteller mit befestigt haben, um auch zu gewährleisten, dass sie bei einer Vollbremsung nicht rausreißen. Dementsprechend kann man den Hund dann am Geschirr mit einem dementsprechenden Karabiner der Stärke nach festmachen. Und dann wird dem Hund seinen Raum geben bis hier vorne. Das Tier ist während der Fahrt eigentlich viel ruhiger, wenn er vom Fahrer und Beifahrer beruhigt werden kann. Hier vorne gibt es weniger Vibrationen wie hinten, wo man zwei Meter Überhang hat vom Fahrzeug mit Schwingungen. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist wirklich nach dem ersten Tag oder ersten Kilometern, wenn der Hund merkt, dass er herrscht und frauscht und sind nach so guten Einweisungen sehr ruhig und zufrieden bin ich das auch. Okay. Wir haben hier in dem Fahrzeug jetzt einen Durchgang in die Heckgarage gebaut. Guck ich mal, zeig mal. Die Original-Treppe ist weiter erhalten geblieben. Mit zwei Handgriffen kann ich die auch wieder zurecht zurückstellen, dass man auch wieder ins Bett reinklettern kann. Für den Hund ein Rückzugsort, wenn hier Trubel ist und man haben möchte, der hat hinten sein eigenes Fenster mit Luft- und Fliegengitter. Zeig ich euch gleich mal noch von außen. Er kann selber entscheiden, wo er sitzen möchte, hier vorne oder hinten. Grund dieser Box mit Gittertüren, die wir hinten eingebaut haben, ist, ich war mit dem Hund am Strand und das Problem ist, da war eine Pfütze. Der wollte ja eigentlich nicht, der Hund ist ja wasserschei, aber irgendwie ist die Pfütze den Hund angesprungen und sieht total. Dann haben wir eine Außendusche am Fahrzeug mit warm und kaltem Wasser, kann man den Hund auch belohnen oder nicht. Kaltes Wasser, böse und warmes Wasser lieber Hund. Tut den kurz abprobieren, hinten rein, lässt den abtrocknen. Die Heckgarage ist mit beheizt und wenn er denn halt einigermaßen wieder trocken ist, sich geschüttelt hat, alles verteilt hat, in der Heckgarage kann man ihn wieder nach vorne holen. Und dann einfach mal kurz auswischen oder auskehren und das Fahrzeug ist wieder ganz normal nutzbar. Super. Ja, gucken wir uns auch mal an, die Heckgarage. Gehen wir mal hinten rein. Ja, hier, da habe ich schon mal ein Fenster. Ja, Kasten gucken wir uns gleich noch an. Natürlich. Ja, und da wir ja immer mit Kastenwagen unterwegs sind, das ist ja eigentlich so unser Motto. Das Ganze gibt es auch für einen Kasten. Ich glaube, hier haben wir einen Knaus. Also das ist auch wunderbar. Gucken wir mal von innen. So sieht es von innen aus. Ja, und er kann dann hier im Raumbad auch duschen. Aber gut, machen wir ja nicht. Ja, hier haben wir noch den Doc Butler für 20 Euro. Eine Art, Dirk sagte gerade, eine Art Meinungsverstärker. Also das Ding ist ursprünglich dafür gedacht, wie da hinten, um das unter den Reifen zu legen und dann den Hund festzumachen. Man kann natürlich aber auch das Hundehäufchen damit, also nicht schlecht. Und was man damit sonst noch macht, das Tischtennis geht vielleicht auch noch. Und das Ganze für 20 Euro ist okay. Ja, schaut es euch an hier auf der Messe in Essen. Wenn ihr mal versucht, Stuttgart zu sagen. Nein, ich bin jetzt in Essen bei Vumo for Dogs. Ja. Aber das ist bestimmt abgeschnitten. Das ist ganz niedlich, aber das scheint zu zu sein. Versuch es mal. Ja, das ist zu. Das ist eine Grillhütte. Eine Grillkota, genau. 9,2 Quadratmeter. Mit Plastikblumen. Hier haben wir auch noch was. Ah, guck mal hier. Sauna. Da haben wir die Sauna und daneben nochmal. Ein Sofa. Wahnsinn. Sofabett, geil. Ein Wohncube. Oh Gott, hier sind ja Sachen. Das ist mal so richtig tiny, ne? Ja, das ist wirklich Tiny House. Also, und da sind tatsächlich Sitzplätze für vier Personen drin. Uiuiuiui. So, eben kam die Durchsage, 18 Uhr. Hier gehen jetzt die Lichter aus. Die Fahrzeuge werden alle verschlossen. Und dann geht es morgen früh hier in Essen weiter. Ja, wir haben uns eben ein bisschen bei Adria noch unterhalten. Es gab tatsächlich heute Morgen wohl irgendwie wohl Überlegungen, das Ganze hier abzusagen, zuzumachen. Ja, Coronavirus ist überall im Moment Thema. Und, äh, tja, ich hoffe, dass wir morgen wieder hier reinkommen. Wir haben morgen früh immer noch einen Termin bei Adria um 9 Uhr, bevor dann die Messe um 10 Uhr für die Besucher öffnet. So, schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss. Tag zwei. Wir sitzen mal wieder im Shuttlebus Richtung Messe. Und ganz cool, wie früher in der Schule auf der letzten Bank. Ich sag jetzt nichts. Das ist auch gut so. Jo, eine unangenehme Sache haben wir jetzt schon in Essen hier erfahren. Äh, die Zugangsmöglichkeiten für Pressevertreter sind eigentlich in Düsseldorf und in Stuttgart so, dass wir morgens mit den Ausstellern rein können. Äh, in Essen ist die einzige Messe, die es anders hält. Äh, hier geht's erst um 10 Uhr, auch für die Pressevertreter los. Und, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Unding, ne? Weil, äh, gerade so eine Messe lebt davon, dass wir morgens schon ein, zwei Stunden mit den Ausstellern gemeinsam schon Dinge machen können. Äh, ohne Publikum. Und, da werde ich jetzt auch im Nachgang nochmal die Messe anschreiben. Ähm, das müssen Sie sich überlegen. Das geht in anderen Orten besser. Jo, jetzt geht's los. Hoffe ich. Gleich. Gleich. Wenn der Bus voll ist. Ich bin einfach, ich hoffe nicht, dass es so lange gedauert. So, hier noch kurz ein Blick auf dieses Navigationssystem. Ich zeig's euch gleich nochmal da hinten. Äh, er hat einen etwas sperrigen Namen. VN1015MADAB. Äh, Susanne sagt, sie nennt es immer Emma. Und, äh. Nein, das war ein Spaß. Na, aber wie gesagt, läuft auf Android. Und, wie teuer ist das Ding? Ähm. Hat keinen Preis. So, hier haben wir noch kurz Gelegenheit, uns das Ding anzusehen. Ne, also ihr seht, komplett auf Android-Basis. Ne, alle Möglichkeiten. Gmail kann ich alles abrufen. Und, äh. Ne, für 1300 Euro läuft, läuft auch schön smooth. Also, das kann man nicht anders sagen. Äh, das Ganze, wie gesagt, für knapp 1300 Euro. Finde ich ne gute Sache. Jo, wir wollen euch ja noch ein paar andere Dinge hier auf der Messe zeigen. Jetzt sind wir jetzt am Stand von Truma. Da gibt's schöne Kompressor-Kühlboxen in allen Größen. Ne, guckt euch das an. Also, da passt jede Menge rein. Aber, keine Idee, wo sich das Ding noch hinstellen soll. Also, einmal mit 30 Liter und 60. Ja, doch, es ginge noch. Hier die kleine, die würde vielleicht noch passen. Ja, ansonsten, wer Stromprobleme hat, der ist dann hier auch gut beraten. Ja, da oben eigentlich der klassische 10i. Und wer es größer braucht, findet hier auch noch ein paar Möglichkeiten. Ja, wobei man dazu sagen muss, wir hatten gestern Abend tatsächlich auf dem Stellplatz P2 neben uns einen großen 10 Meter Liner. Riesiges Teil. Und auf einmal hörte ich dann das Geräusch hier von dem 10i neben uns. Und denke, wo kommt denn das jetzt her, ne? Ja, riesiges 10 Meter Schlachtschiff, aber muss es Moppel laufen lassen, weil er keinen Saft mehr hatte. Also von daher, hat er aber dann freundlicherweise gefragt, ob wir Strom brauchen. Von daher, haben wir ihm erklärt, wir wären ein bisschen vor. Wir sind ja jetzt mit Lithium versorgt, also wir haben Strom ohne Ende. Ja, auch unter 100 Sitzen findet man noch eine Neuheit. Ja, ob der so neu ist, weiß ich nicht. Aber wir testen mal, wie bequem der ist. Aber der sieht zumindest ultra bequem aus. Oh. Da bin ich schon vom Zusehen bequem. Ja, ich finde, hier könnte man es eine Weile drin aushalten. So, jetzt noch ein Kippchen, so ein Blut. Ja. Oder was zu stricken. Ich will nur mal wissen, wie das Packmaß ist von dem Gerät. Ja, auch das gehört tatsächlich hier in Essen überall dazu. Ja, da ist die Angst vor diesem Virus doch überall zu merken. Also ich habe noch nie so viele Männer auf Herntoiletten gesehen, die sich danach die Hände desinfizieren. Normalerweise sieht man das auf den Herntoiletten, dass sich Männer noch nicht mal mehr die Hände waschen. Aber, jo, das merkt man schon. Aber ist doch ganz gut was los hier im Moment. Wobei eben sagt der Händler, ist eigentlich so viel los jetzt hier am Samstag wie normalerweise unter der Woche. So, wir haben lecker gegessen. Und jetzt warten wir noch auf Nicole und dann gucken wir mal, was uns noch hier so erwartet. Ja, auch das gibt es hier auf der Reise und Camping. Da oben die kalorienhaltige Variante und hier drunter dann die vegane Variante. Guck mal, der kleine Hase durfte auch auf die Messe. Auch hier alles nur für die Hüfte. Sonja, denkt gar nicht drüber nach. Also ich sage euch, so ein Messebesuch ist echt lustig. Da wollen wir gerade ein Auto filmen. Da ist da vor uns ein Pärchen drin, dass das ganze Auto eigentlich komplett auseinandergenommen hat. Automatikgetriebe. Und ja, was hier direkt auffällt, wir haben keine Verbindung. Also wer glaubt, ich stehe jetzt vor einem Forster. Nein. Auch Roadcar kann grün. Boah. Das ist wirklich eine Farbe. Puh, jui, 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 jui. Ja, wie immer natürlich der meiste Betrieb hier in den Messehallen bei Pössl, Clever und Globe Car. Da tummeln sich wirklich echt alle drumherum. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zu Club Traveller. Treffen wir uns jetzt gleich nochmal mit ganz lieben Abonnenten und auch nochmal mit Susann Markkötter auf dem Käffchen. Und dann schauen wir mal, wie der Nachmittag heute hier weitergeht. Ja, auch das gibt es hier natürlich in Essen. Jede Menge Fahrräder. Weil hier ist gleichzeitig natürlich auch die Fahrradmesse. Und ja, natürlich E-Bikes überall. Natürlich auch ein absoluter Boom mit den E-Bikes. Aber ich finde irgendwo auch zurecht. Also ich bin froh, dass wir die zwei Dinger gekauft haben. Und kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wenn man irgendwas zu transportieren hat, sehe ich hier gerade. Ja, sowas gibt es auch mit Badewanne. Das Ganze wahlweise dann auch zu. Auch mal ganz nett. Ja, auch Tern springt langsam auf den Zug der Club Räder auf. An der Stelle dann nochmal liebe Grüße nach Thüringen. Christian, ich sollte dir ja ein paar Club Räder mit Elektro zeigen. Also hier gibt es von Tern eine ganz neue Serie. Preiswert sind sie nicht. Also 2000 Euro muss man schon hinlegen. Das ist aber nicht ganz leicht. Ne, was wiegen die? 21,9, 22,6. Na gut. 22,1. Das ist schon heftig. Ja, hier vorne geht es dann weiter. Da bin ich jetzt überfragt. Die Marke kenne ich jetzt nicht. Aber die setzen jetzt natürlich auf den Bosch-Antrieb. Naja, oh, wenn man hier natürlich auf die Preise guckt. 3, 4. Hier sind wir dann wieder bei Tern. Ja, also wie gesagt, da gibt es auch jede Menge Auswahl mittlerweile in dem Bereich. Hier haben wir jetzt allerdings dann keine Club Räder mehr. Ja, ansonsten hier natürlich sehr viele Anbieter von Campingplätzen, die dann hier alles zeigen. Ja, das war Tag 2 für uns hier in Essen. Ja. Ich glaube, für heute reicht es. Füße tun weh. Füße tun weh, Rücken tut weh. Aber was man heute wirklich sagen muss, wir haben so viele nette Abonnenten getroffen heute. Ja, war schön. Ich glaube, unser halbes Treffen aus Rehmagen war heute hier. Und ja, heute Abend gehen wir noch mit dem lieben Abonnenten noch essen. Ja. Zum Griechen. Und morgen früh wackeln wir hier nochmal durch. Aber für heute kommt nichts mehr. Zumindest nicht im Video. Genau. Also bis morgen früh. Tschüss. Sonntag, dritter und letzter Tag für uns. Es ist fürchterlich windig. Da ist sie wieder. Es ist eher stürmisch. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir reinkommen. Etwas früher. Tüten, 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 noch mehr Tüten und noch mehr Tüten. Kataloge, Kataloge und noch mehr Kataloge. Ja, man glaubt nicht, was die Leute hier Prospekte rausschleppen. Und sie dann nachher im Altpapier zu entsorgen. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier kommt tatsächlich die alte gute Brilblume mal wieder zum Einsatz. Ganz lustig. Ja, auch der hier drüben, auch nicht schlecht. Ja, so ganze Holzfolierung. Auch ganz nett. Nütlich, ne? Was fällt euch auf? Die Füße hängen raus. Die Füße hängen tatsächlich hier dann unten raus. Also 1,60 Meter, wie die Maus das geht. Aber bei mir wird es dann schwierig. Da tut man nicht alles für ein Bild. Also ihr seht ja nur, was er da filmt. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie er filmt. Toll ist er weg. Toll ist er wieder. Das hier ist auch mal cool für die Dachzeltfraktion, aber halt aufglasbar. Finde ich auch mal ganz spannend. Also, meins wäre es jetzt nicht, aber ruckzuck aufgebaut mit Luft. Gibt es auch noch in blau und deutlich größer. Also schaut mal hier. Nicht schlecht. Das Ding ist mal riesig. Können wir mal reingucken. Da passt also eine komplette Familie rein. Wahnsinn. Und das Ganze auf einem ganz normalen Audi A6 Kombi. Also ziemlich spannende Kiste. Gibt es auch als Vorzelt. Aber mit dem Panorama-Fanzen. Ja. Hammer. Wenn du so irgendwo in Schweden am See stehst. So ihr Lieben, wir sind durch hier. Ja. Wir haben einiges gefilmt für euch. Ja, ich denke, das soll es auch tatsächlich gewesen sein. Also wir haben jetzt tatsächlich hier in diesem... Besuch in Essen kein Vanlife gefilmt. Kein Frühstück von uns. Na ja, wie wir frühstücken bist du doch inzwischen. Ich kann sagen, wir haben wirklich nur mal die Messe ein bisschen besucht. Und sind dann jetzt, ich glaube, doch wieder neun Fahrzeuge geworden. Allerdings, das muss ich dazu sagen, natürlich in der Kurzfassung. Also das sind keine ausführlichen Videos. Aber so um den ersten Eindruck zu vermitteln. Ja. Das geht auch auf einer Messe mit so einem Besucherandrang hier nicht. Naja, wobei es ja hier jetzt überschaubar war. Am Pressetag natürlich in Düsseldorf einfacher als hier. Bei einem normalen, regulären Besuchertag. Jo. Kommen jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage dann noch einige Videos mit Fahrzeugen hier von Essen. Und... Wir sagen bis dahin mal tschööne. Jo. Alles Gute. Tschüss.